Musik Musik ...hat das Zeitmaß überschritten. Der Hebel senkricht, das Bein liegt im Garten eben. Das lautbare, helle, blinde, goss wie Zündholz aus der Teetasse. Drei Löffel Zucker, Fleisch, Mist. Der Sender ungestallt, das Bild ist im Rahmen stecken geblieben. Blumen nadeln nicht. Vergehen, so wie die Tage ohne dich. Das blaue, unsichtbare Band zerschnitten. Musik 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 Am Rande des Universums, nur wenige Trilliarden Kilometer von der völligen Leere des Raums entfernt. Da existiert eine Galaxie, deren Alter noch kein denkendes, wissenschaftlich interessiertes Wesen im ganzen Weltall zu bestimmen vermochte. Innerhalb dieser Galaxie befand sich ein Planet, der biologisches Leben möglich machte. Diese Planeten haben sich Zeit mit seiner Entwicklung. Als die Menschen sich bereits mit hochmodernen Waffen töteten, da krochen gerade einmal die ersten Amphibien aus dem riesigen Ozean. Und zu der Zeit, als dann intelligente, zweibeinige Lebewesen in diesem Planeten wohnten, existierte die Erde da überhaupt noch. Diese Lebewesen jedenfalls nannten ihren Planeten Pax. Musik 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 And then let me stay on the bottom.